Moin Moin, mein Name ist Peter Christiansen. Wir sind hier bei der Maschinenfabrik und Gießerei der Firma Spitzke Cluster und wir haben hier Ärger gehabt mit unseren Messsonden von den Heiß- und Kalt-Sand-Sinos, die wir hier hinter uns sehen und dann haben wir uns gedacht, da mögen wir irgendwas machen, mit Seil und Gefühle und das wäre überhaupt nicht. Und da sind wir dann auf die Firma WEGA gekommen und da hat die Firma WEGA hier mit den Schuhen, da haben wir also wirklich einen kompetenten Ansprechpartner und der hat uns dann zu den, aber wie hättet ihr noch, hier WEGA PULS, hättet ihr da die Sonden, hätte uns dann TOWROAD und die hätte da den Inbo, hätte in Betrieb genommen und ich muss sagen, da läuft es rein. Ja, wir sind da sehr mythophane. Musik 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 Musik